Hallo, wir sitzen jetzt im Bus und es geht jetzt zum Buddyfahren. Das erste Mal verlassen wir uns zur Hotelanlage und wir freuen uns schon. Wir haben auch so Tücher für den Mondschutz. Das war der Oax übrigens von der Germany Corporation. Ich glaube es wird lustig und ich versuche natürlich während wir fahren ein bisschen zu filmen. So, wir sind jetzt hier. Ich habe schon mein Coup von der Nina. Und ja, da stehen die Morgens. Die Mädels, die den Führerschein dabei haben, füllen schon mal aus. Wie schnell. Und ja, dann geht's gleich los. Ja, die Mädels lassen sich hier abstauben. Ja, dass wir in den Bus dürfen und dann geht's schon wieder zurück. Wie war's? Oh mein Gott, es war so geil! Ja, es war mega geil. Ja, Hammer. Ich will gleich noch mal. Oh mein Gott, ich durfte auch noch fahren. Ich hatte zwar keinen Führerschein dabei, aber... Ja, war Hammer. Er hat gesagt, er macht beide Augen zu, dann darf ich auch fahren. Also, wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Bis dann! Oh! Antenne Bayern! Oh! Oh!